Herzlich willkommen zum Streamingplan für die aktuelle Woche mit dem Osterwochenende. Und es gibt ein schönes langes Streamingwochenende. Jetzt geht es direkt los nach dem Upload dieses Videos. 18 Uhr bis 24 Uhr Mittwoch heute, Dota 2 genauso am Donnerstag und am Freitag und am Wochenende. Jeweils ein langer Stream von 15 bis 24 Uhr, immer Dota 2. Auch am Montag, aber das kommt dann erst in den nächsten Streamingplan. Montag werden wir aber auch streamen. Und am Freitag gibt es nochmal Dark Souls 3 am Nachmittag. Welche DLC zu Ende spielen, haben den schwersten Boss geknackt. Jetzt spielen wir es dann noch zu Ende und den finalen Boss. Freue ich mich sehr drauf und hoffe, ihr schaltet ein. Entweder zu Dota 2 oder zu Dark Souls 3. Oder ihr schaut auf YouTube, Dota oder Dark Souls, wo ich die Folgen hochlade. Oder Mass Effect Andromeda, wo ich auch viel Spaß dran habe. Die normalen Spiele laufen natürlich wie gehabt auf Martin spielt und der Rest auf German Dota. Also schaltet ein, ich freue mich drauf. Bis dann.